Hallo, die musikalische Erbauung für den 31. März. Ballerina von Morrison Alles, was zu tun ist, was gemacht werden möchte, das ist... Die Ballerina soll an einer Glocke oder an einer Klinge läuten. Sie soll sie in Bewegung, in Schwingung setzen und anschließend nach oben kommen. Und es sei mal dahingestellt, ob eine Türklinge gemeint ist. Van Morrison, Ballerina Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hörst dir an und der Tag ist dein.